So, was ist das denn für ein spezielles Modell hier? Das ist ein Elfer-Deutz-Mauern-Schlepper und zwar ist es ein Sondermodell. Da kann man den Sitz rausziehen, auf dieser Seite wieder rein und dann kann man zum Brüben pflücken, eine Erntepflückmaschine hinterbauen, da braucht man sie nicht immer umdrehen. Kann man einfach so fahren, dann fährt man rückwärts durch die rein und kann dann die Brüben damit pflücken. Wunderbar. Da sind auch nicht sehr viele von gebaut worden. Schätzungsweise liegen die irgendwo zwischen 30 und 50 Stück von der Stutzahl, die gebaut worden sind. Wann war das so die Zeit? Das heißt jetzt Baujahr 53. Das ist der Nachfolger von dem Elfer-Wassergebrügel. Wie viel PS? Elf. Achso, auch ein Elfer. Ja. Das ist der kleinste, den Deutz je gebaut hat. Und jetzt kann ich fahren. Ohne sollen wir wieder Straßen laufen. Und jetzt kann ich fahren. Ohne sollen wir wieder Straßen laufen. Vielen Dank.